Guten Morgen, ich darf Sie recht herzlich begrüssen zu unserem heutigen Webinar unter der Überschrift Kommunizieren Sie schon oder Telefonieren Sie noch. Es ist für uns auch eine Premiere, neu ab dem Teams Live Streaming Studio, das wir uns eingerichtet haben, können das Webinar durchzuführen. Drücken Sie uns die Daumen, speziell unser Referent und natürlich der Regie im Hintergrund, der schaut, dass die Technik entsprechend richtig funktioniert. Voll integriert Microsoft Teams Umgebung. Wir haben vorbereitet eine Dreier-Serie von Webinars, die wir uns auseinandersetzen wollen mit Microsoft Telefonie Funktionen. Im heutigen Webinar setzen wir den Fokus darauf, wie ich meine persönliche Telefonnummer, sei das von einer Swisscom, Sunrise, UPC oder einer anderen Carrier in meine Teams Plattform, damit ich dort auch vom öffentlichen, klassischen Telefonnetz erreichbar bin. Das ist der Fokus von heute. Sie können während des Webinars in den Chatfunktionen Fragen stellen. Wir versuchen diese gerade live und in einer Echtzeit zu beantworten. Sonst nehmen wir uns am Schluss dann noch sicher Zeit, um die eine oder andere Frage zu beantworten. Microsoft Teams ist eine riesige Erfolgsstory. Microsoft hat es bereits im letzten Jahr geschafft, im Gartner-Quadrant, in die Leader-Position zu kommen mit ihrer Plattform, mit der Kommunikationsplattform, die entsprechend auch Telefonie mit beinhaltet. Hat Microsoft noch bekannt gegeben, dass sie im Juli 2019 grössendordnig 13 Millionen aktive, täglich aktive Benutzer gehabt, sind das bereits im letzten Oktober 2020 über 115 Millionen tagtäglich aktive Microsoft Teams Benutzer gewesen. Die Tendenz steigend sicher, das sieht man an der Bezahlung an, hat im letzten Jahr Corona mit dazu beitragen, dass Universitäten, Schulen, Unternehmen ins Homeoffice gejagt worden sind und so entsprechend auch eine Kommunikationsplattform gebraucht haben, wo sie sicher und in höchster Qualität miteinander kollaborieren können, kommunizieren und unter anderem natürlich auch telefonieren. Mein Name ist Ottmar Frey. Ich leite den Verkauf bei der Firma Backenstoss. Unterstützen im Webinar tut mich heute Adrian Fleisch. Er ist bei uns im Consultant tätig und als Projektleiter. Er hat langjährige Erfahrung mit Kommunikationslösungen von Microsoft. Sind das Vorgänger-Versionen, wie ein Office-Communication-Server oder Link. Heute speziell natürlich Microsoft Teams, Cloud-Plattform Cloud PbX. Als Luzerner habe ich mir natürlich auch erlaubt, Ihnen die ein oder andere Krimser-Hacks noch zu zeigen. Heute zum Fasnachtsabschluss, den wir hatten, am Eschen Mittwoch. Ich hoffe, dass die Teilnehmer aus Basel mir verzeihen, dass ich da Krimser-Hacks darstelle. Schliessen komme ich von Luzern. Ein bisschen Heimatgefühl in Zürich, habe ich gedacht, brauche ich heute zu dieser Präsentation. Es lohnt sich, bis am Schluss mit dabei zu ziehen. Wir werden am Schluss Ihnen einen QR-Code aufblenden. Wenn Sie die Fragen oder das Feedback-Formular entsprechend ausfüllen, kommt mit grosser Wahrscheinlichkeit, wenn Sie gewinnen, das Funk-HZ von der Jabra zu Ihnen. Wir werden unter den Feedbackbögen Personen auswählen, entsprechend nominieren und die Kartonschachtel ist dann gefüllt zu Ihnen unterwegs. Für alle, die neu sind und wir haben eine sehr hohe Anzahl heute an Teilnehmenden. Wir haben am Anfang im Einstieg schnell gesehen, dass wir um die 90 Leute haben. In der Firma Backenstoss konzentrieren wir uns auf IT-Lösungen, die Ihren Geschäftserfolg unterstützen sollen. Die Ideen, Lösungen und Services, die wir anbieten, unterstützen Sie im tagtäglichen Geschäft, damit Sie sich auch dort richtig darauf konzentrieren und fokussieren können. Unsere Lösungen basieren auf die Microsoft Cloud-Infrastruktur, auf den Errechenzentren in der Schweiz, genauso wie in den Errechenzentren, die Microsoft weltweit als Cloud-Service zur Verfügung stellt. Wir schenüren in unserem Angebot Managed Services, um Ihre IT zu unterstützen, mit Standardaufgaben, die wir übernehmen können, bis hin zu einem kompletten Outsourcing, wo wir die gesamte IT für Sie entsprechend betreiben. Ein sehr grosses Invest, das wir jährlich machen, geht in unsere Mitarbeitenden. Wir haben unsere Zielsetzungen dort drin, dass wir erstklassiges Know-how zur Verfügung stellen und somit auch sehr viel in Ausbildung, Weiterbildung und Trainings investieren in unser Potenzial, unsere Mitarbeitenden. Wir sind am Standort Walliswelle, sofern die Leute hier sind. Heute sind wir auch 75 Standorten in der Schweiz unterwegs, alle zu Hause im Homeoffice und arbeiten remote. 75 Mitarbeitende in unserer Basis hier in Wallis. Was können Sie von uns erwarten? Stabilität und ein langfristiges Denken, nachhaltige Lösungen, die wir für Sie zur Verfügung stellen. Das zeigt auch unsere bald hundertjährige Geschichte, wo wir die Firma Backenstoss durch alle Gewässer durchgeheift haben und so auf Veränderungen sehr schnell und erfolgreich agieren können. Im Rahmen der Managed Services bieten wir Standard-Services an, wo wir ein System pflegen von unseren Kunden, von Ihnen, von unseren Kunden bis hin zum kompletten Outsourcing, wo wir den Service Desk zur Verfügung stellen, genauso auch für die Benutzer und End-User-Anwendungen aus Ihrem Office oder eben entsprechend Homeoffice. Ich habe es kurz erwähnt, wir investieren sehr viel in unsere Ausbildung von den Mitarbeitenden. Damit stelle ich mir sicher, dass unsere Projekte, die wir für Sie realisieren können, in Bezug auf Qualität, Zeiterfüllung, genau so und Kostenkontrolle eine Ziellandung geben und wir uns dort an das, was wir committed, entsprechend halten. Das hat uns auch ermöglicht, dass wir heute bereits 13 Gold-Zertifizierungen im Umfeld der Microsoft-Plattformen haben. Speziell sind das Kommunikation, Kollaboration, Rechencenter, Cloud-Services, Client-Management, wo wir unseren Fokus darauf haben. Zum eigentlichen Thema heute ganz kurz. Microsoft 365-Plattform oder Office 365-Plattform bietet in den Unternehmen die klassischen drei Bereichen an. Eines ist der Bereich, in dem ich meine persönliche Produktivität unterstützt bekomme. Das ist mit den klassischen Apps, sei das Outlook, Word, Excel, PowerPoint oder Delft, die mich in meiner persönlichen Produktivität entsprechend unterstützt. Mit dabei sind Cloud-Dienste oder Cloud-Storage-Dienste, wo Sie je nach Abonnement beliebig viele Cloud-Speicher von Microsoft im Abonnement beziehen können. Das ist ein Exchange Online, ein OneDrive, den wir kennen, SharePoint Online, wo die Unternehmensdaten liegen. Genauso wie zunehmend im Trends-Videoportal mit Streams, wo Sie Multimedia-Daten verwalten können, speichern und entsprechend ablegen. In der Zusammenarbeit, das ist das, wo unter Team-Produktivität läuft, bietet Microsoft genau so ein paar Leute an. Eines ist der Planner, den man vielleicht kennt, Bookings, StuffHub, wie man Mitarbeiter, die extern sind, einsetzen und planen kann. Jammer, die sicher schon aus der Geschichte oder aus der längeren Zeit von Microsoft bekannt ist. Und dort im Zentrum natürlich Microsoft Teams, wo die Kollaboration, die Zusammenarbeit intern und mit externen Mitarbeitenden aus dem Unternehmen heraus steuert. Darum das Telefonchen konzentrieren wir uns darauf, was die Telefonie im Zusammenhang mit der Cloud-PBX von Microsoft Teams bietet. Teams ist per se eigentlich ein Arbeitsraum. Da geht es darum, dass ich Applikationen integrieren, Zugeschnitte, ich kann konfigurieren meinen Arbeitsplatz, dass dann auf die Rolle von Mitarbeitern entsprechend stimmt, mit den Datenzugriffen, mit den Daten, die er verwaltet, Daten, die er erzeugt und Daten, die er am Arbeitsplatz braucht, oder mit einer Mobile-Integration entsprechend unterwegs für seine Tätigkeiten. Die Arbeitsräume sind sicher und können einfach verwaltet werden. Im Bereich der Kommunikation kennen wir Persistent Chat, Chat-Funktionalitäten, wo dann die E-Mails, vor allem die E-Mail-Flut, ablöst oder sicher einen grossen Teil minimieren kann. Dann gehören Online-Meetings dazu bis hin zum Livestream, was Sie heute sehen, wo die Funktionalität des Standard-Teams von Microsoft. Dort drin ist speziell natürlich auch noch die Telefonie, und das ist auch der Fokus, den wir im heutigen und den nächsten zwei Webinars den Fokus legen. Was bieten wir im Standard Microsoft Teams für Telefonie-Funktionen? Wir unterscheiden die Telefonie-Funktionen, wo ich persönlich meine Anrufe steuern kann. Das ist ganz klassisch, wie man das kennt. Man hat eine Voicemail-Funktionalität zur Verfügung. Man kann Stellvertretungen konfigurieren, so klassisch die Chef-Sekretär-Schaltungen, die man aus der traditionellen Telefonie noch kennt. Man kann Gruppenschaltungen konfigurieren, sogenannte Sammelrufe, das steht in der Telefonie-Sprache oft Stichwort dahinter. Ich konnte beliebige Weiterleitungen machen, zeitversetzte Weiterleitungen, Weiterleitungen auf externe Endgeräte, auf Service-Nummern, auf den Hauptnummern, so wie mir das entsprechend beliebt in meiner Abwesenheit, die ich die Anrufe nicht selber bedienen kann. Mit Microsoft Teams ist es Microsoft gelungen, für eine Android- oder eine iPhone-App zur Verfügung zu stellen, die den vollen Funktionsumfang zur Verfügung stellt, den Zugriff darauf, wo Sie genauso mit der Telefonie-Integration natürlich über das Datennetz Ihre Geschäftstelefone unterwegs entgegennehmen können. Dahinter steckt das One-Number-Konzept, also wenn ich Ihnen anrufe, mit der Teams-App entsprechend den Geschäfts-Nummern werden Sie die sehen, und nicht meine Mobile-Nummer auf Ihrem Endgerät. Also ist Mitbestandteil in der Lizenz mit dabei. Und dann gibt es natürlich noch viele Features rundherum, im Bereich der Endgeräte und zeitversetzten Einstellungen. Der zweite Teil an Funktionalitäten, die im Unternehmen gebraucht werden, sind die Nummern, die nicht in einer Person zugeordnet sind, sondern eher in einer Personengruppe. Das kann eine Hauptnummer sein, ein Servicedesk, eine Hotline, eine Nummer, die durch Agenten bedient wird. Dort bietet in der Standard-Telefonie-Funktionalität Microsoft Möglichkeiten, eine sogenannte automatische Zentrale einzurichten, dass Sie Öffnungszeiten verwalten können, Tag-Nacht-Schaltungen machen, Viertagspläne hinterlegen mit entsprechenden Ansagen und Voicemail-Funktionen. Sie können die Zeitzonen unterscheiden. Das ist vor allem wichtig für globale Unternehmen, weil Sie an einer Cloud-PWX mit heute 115 Millionen aktiven Benutzer hängen. Und dort drin spielt natürlich die Zeitzonen auch eine Thematik, wo Sie entsprechend abbilden können, dass in der jeweiligen Zeitzonen die Feiertungen und Tag-Nacht-Schaltungen richtig berücksichtigt werden. Es gibt Begrüssungstext, Musik im Hintergrund und vieles mehr. IWR-Funktionalitäten, das, was man heute aus der klassischen Telefonie kennt, ist heute abbildbar mit Microsoft Teams. Man kann Wartefelder generieren. Das ist dann, wenn alle Agenten zum Beispiel ausgelastet sind oder besetzt oder nicht verfügbar. Ich tue dann im Wartefeld der Agentengruppe oder im speziellen Agenten darauf entweder sequentiell zuordnen. Ich kann das zufällig machen oder ich kann das einem Mitarbeitenden den nüchsten Anruf geben, der am längsten keinen Anruf gab. Also alles klassische Funktionalitäten über die Web-Oberfläche im Konfigurationsteil von Microsoft Teams, zum Pflegen und Einstellen. Zum Ökosystem von dieser Cloud PBX, weltweiten Cloud PBX, mit zurzeit noch über 115 Millionen aktiven täglichen Teilnehmern, gehört natürlich auch das Ökosystem, dass das komplett ist. Das ist heute die entsprechenden Hersteller von der Endgeräte, sei das ein Headset, die ich komfortabel am PC telefonieren kann. Ist das eine Konferenzspinne, die ich vielleicht in einem Sitzungszimmer brauche für Audio-Konferenzen oder oben links. Ein kompletter Videoraum, der sich integriert in Plattformen inklusive der Kalender-Funktionalität, wie man das vom Exchange her kennt. Oder dann noch das klassische Telefon, der vielleicht an einer Wand montiert ist oder vielleicht bei jemandem noch neben dem Tisch steht, weil er sich gewöhnt ist, so klassisch den Telefon hören. Das ganze Ecosystem sind zertifizierte Geräte. Es sind die bekannten Hersteller, wie ein Poly im Hintergrund und so weiter, die das Ecosystem komplettieren. Das heisst, für jeden Use Case das richtige Endgerät und die Telefonie ist entsprechend in HD-Qualität mit implementiert. Zum eigentlichen Telefonanschluss möchten wir drei Themen anschneiden. Eines ist Telefonie im Datennetz. Der zweite ist Direct Routing. Das wird uns dann Adrian Fleisch entsprechend vorstellen, was dort dahinter steckt. Genauso mit Calling Plans, die man heute liest, also den Anrufplänen, den man bei Microsoft beziehen kann. Das werden wir nachher im Detail noch erleuchten. Der erste Teil, den ich Ihnen einfach mitgeben möchte, ohne Amtsanschluss oder ohne meine persönliche Telefonnummer, fungieren Sie in dieser Microsoft Teams Umgebung mit Ihrer SIP-Adresse. Die SIP-Adresse ist etwas Vergleichbares wie das E-Mail. Die ist weltweit eindeutig pro Person. Es ist eine eindeutige Erkennung. Es ist also meine Identifikation. Und somit bin ich auch weltweit für alle Personen entsprechend erreichbar, die meine SIP-Adresse über Teams wählen können. Das heisst, über die sogenannten Federations-Funktionen zwischen den Unternehmen, haben Sie auch ohne Amtsanschluss die Möglichkeit, alle Unternehmungen oder private User, die Teams im privaten Umfeld nützen, heute schon telefonisch in HD-Qualität zu erreichen. Ohne einen Amtsanschluss. Das wurde auch sehr viel eingesetzt im letzten Jahr, wo rasende Roll-outs gemacht worden sind, um die Mitarbeiter vom Homeoffice ins Büro zu integrieren zu können. Halt noch ohne die eigene Telefonnummer, aber zumindest mit dem SIP-Account, damit man die Mitarbeiter nicht ganz vereinsamen lassen hat. Zu Hause. Was Sie brauchen, ist null lokale Infrastruktur. Sie brauchen das Endgerät, den Cloud-Service mit der Cloud PBX-Funktionalität und Sie telefonieren weltweit im Datennetz von Microsoft und dem Internet. Es entstehen für Sie auch keine Gebühren. Keine Gebühren heisst, keine Telefongebühren, wie man das klassisch kennt. Es ist natürlich Voraussetzung, dass Sie einen Internet-Access haben und dort entsprechend die Internetbandbreiten zur Verfügung nutzen können. Dann würde ich gerne Adrian weitergeben. Vielen Dank, Rodmar, für die Ausführungen. Ich gehe auf die mehr technischen Sachen ein. Das beinhaltet vor allem eigentlich der erste Punkt ist das Direct Routing. Da gibt es unterschiedliche Varianten, die man das anbinden kann. Ich erzähle Ihnen drei Varianten, die möglich sind. Zuerst ist eigentlich mit einem lokalen Session-Border-Controller, den man im Betrieb installiert. Zur Integration einer lokalen Session-Border-Controller kann man auch die bestehende Telefonanlage weiterhin integrieren. Das heisst, es ist ein Mischbetrieb möglich zwischen der alten Anlage und Microsoft Teams. Auch den bestehenden Zip-Trunk, den man schon hat, kann man weiterhin nutzen. Man setzt eigentlich den Session-Border-Controller zwischen Telefonanlage und Provider. Dann kann man jede Nummer abfangen. Dadurch ist die vollständige Kontrolle möglich. Das heisst, man kann wirklich jeden Anruf manipulieren, ändern, migrieren. Anruf A geht zu der Altanlage, Anruf B geht zu Microsoft Teams. So ist bei vielen Kunden eine langsame Migration vonstatten gegangen. Das heisst, pro Tag 20 Leute migriert wurden. So ist es nicht ein Big Bang gewesen, was viele Leute eigentlich bevorzugen. Der Session-Border-Controller kann ein physischer sein, oder es gibt auch die Möglichkeit, einen virtuellen auf der lokalen Hyper-V-Plattform oder VMware zu installieren. Eine abgeänderte Version ist, wenn der Session-Border-Controller in Azure betrieben werden soll. Das heisst, es wird ein virtuelles Session-Border-Controller in Azure betrieben. Das heisst, man hat keine physische Hardware mehr vor Ort. Ein virtuelles virtuelles vor Ort. Man kann den bestehenden ZipJunk weiterhin verwenden. Klar muss man das auch etwas umkonfigurieren. Auch ist es möglich, diese lokale Telefonanlage zu integrieren. Einfach da ist zu beachten, dass netzwerchtechnisch durch einiges muss beachtet werden, dass die Kommunikation ohne Probleme funktioniert. Auch da ist, wie jeder Call über der Session-Border-Controller geht, ist die Vollkontrolle möglich. Man kann jede Nummer manipulieren, ändern, umleiten, wie auch immer. Das blaue Pfeil ist noch, der Unterschied zwischen blauem und grünem Pfeil ist, es gibt Provider, die einen Zip-Trunk anbieten, der direkt über das Internet geht. Das heisst, es muss nicht mehr über die lokalen Infrastruktur für Umwege gemacht werden. Das dritte, was Direct Routing anbelangt, ist die Anbindung vom Direktanbindung vom Provider. Das heisst, der Provider verbindet eigentlich mit Direct Routing zu Office 365. Das ist ganz klar, man hat keine lokale Infrastruktur mehr. Das ist das sogenannte Service-Modell vom Anbieter. Man kann die bestehenden Gebührenpläne, die man schon seit Jahren vielleicht hat, übernehmen. Hier ist einfach wichtig zu beachten, dass es bei den anderen vorhergehenden Varianten möglich war. Analog Anschlüsse, Fax, Türöffner, die man auch lokal haben will, wäre mit dieser Variante nicht möglich. Bei den ersten beiden, die ich Ihnen gezeigt habe, ist das möglich. Man könnte noch analoge Geräte betreiben. Aber das Ziel ist ja, in der heutigen Zeit die analoge Geräte zu eliminieren. Das ist auch immer ein Punkt, den wir bei jedem Projekt machen. Eigentlich die ganze Telefon-Liste, also Nummer-Arranges durchzugehen, um zu schauen, welche Nummern werden in Wirklichkeit gebraucht, welche sind obsolet und welche abgeschafft werden können. Da ist wichtig zu beachten, man hat keine volle Kontrolle über die Anrufe, also man kann nicht Nummern manipulieren, ändern oder Umleitungen setzen. Das muss dann über den Provider laufen. Auch Support-Anfragen gehen da eigentlich, was die Telefonie, Enterprise-Voice-Telefonie betrifft, immer direkt zum Provider. Weil wir ja nichts eigentlich lokal an Infrastruktur vorhanden haben. Da gibt es noch einen wichtigen Punkt, eigentlich weltweit Provider, die das anbieten. Also wenn man eine grössere Firma ist, die weltweit vernetzt ist, kann man eigentlich jedem Land gibt es Provider, die das so anbieten. Aber es gibt auch internationale Provider, die das pro Land anbieten können. Da sind jetzt einfach die Schweizer Provider aufgezeichnet, wie wir wissen, sie bieten das so an. Die letzte Variante ist für die Schweiz ganz neu, ist im letzten Herbst announced worden, ist eigentlich ein Calling Plan. Das heisst, man portiert die Nummern von seinem jetzigen Provider zu Microsoft. Das heisst, man gibt alles, was man im jetzigen Provider mit Telefonie hatte, alle Verträge werden aufgehoben und die Nummern werden zu Microsoft portiert. Man hat gar keine lokale Infrastruktur. auch das ist eigentlich wie ein Service-Modell von Microsoft. Es darf nur einen Sinn nachher bei Microsoft gehostet, wie man so sagen. Es ist alles aus einer Hand, also Microsoft tritt als Festnetzanbieter auf, aber es ist nur in gewissen Ländern verfügbar. Zurzeit sind das 17 Länder, die Schweiz ist eins von denen, kann man sich glücklich schätzen. In der näheren Umgebung, wo noch sind, Frankreich, Deutschland, Österreich, Dänemark, Italien, Portugal, Schweden, Amerika, United Kingdom und Kanada. Hier kann man nachschauen, welche Länder das Calling-Plans anbieten. Die wichtigsten sind Freepaid-Gebührenpläne, die man bei Microsoft dazu lizenzieren muss. Es gibt zwei Pläne, der eine ist Domestic-Culls, also Lokale-Culls, und internationale Calls, die man machen kann. Das waren die Varianten und ich denke, Ottmar hat sicher noch die eine oder andere Frage dazu. Vielen Dank, Adrian. Natürlich habe ich noch die eine oder andere Frage für dich. Wenn ich die Übersicht jetzt gesehen habe, glaube ich, ist Internet sehr, sehr entscheidend im Zusammenhang mit der Cloud-PBX von Microsoft, der lokale Infrastruktur und dort, wo die entsprechenden Mitarbeiter sind. Kannst du vielleicht auch etwas dazu sagen, was ist zu beachten in Bezug auf Internetanschluss? gibt es vielleicht Kennwerte, wie viele Benutzer telefonieren werden zu der Dimensionierung des Internetanschlusses? Also wenn man von reinen Audio-Calls ausgeht, ist das verschwindend klein. Also wenn man so sagt, ein Video-Call oder Videokonferenzen brauchen es x-fache von so einem Audio-Call. Darum ist die Bandbreite weniger das Kriterium, was das anbelangt. Wichtiger sind für Netzwerkte Packet Loss und Latency. Man muss beachten, wie es doch Realtime Audio-Traffic ist, wo über das Internet geht. Auch ist wichtig, dass man den kürzesten Weg zu Microsoft nimmt. Also nicht, dass man über ein VPN mit dem Teams-Client oder über so vom Spinoff-Office zuerst ins Headquarter mit dem Internet-Traffic. Das sind wichtige Punkte vom VPN anbieten. Gut, danke. Dann ist ja auch im Zusammenhang mit der klassischen Telefonie gewohnt, dass die Swisscom Kabelrollen eingelegt hat im Boden. Die zwei Endpunkte haben miteinander geschwätzt und das hat funktioniert. Jetzt gehen wir über das Internet. Das Internet ist nicht verfügbar. Gibt es Notfallpläne? Gibt es Möglichkeiten, wenn mein Internetanschluss vom Bagger entfernt worden ist, dass ich Alternativen habe oder dass ich dann tatsächlich auch weiterhin noch telefonisch erreichbar bin? Ja, auch da gibt es Varianten. Je nachdem, welche Integrationsvariante man hat vom Direct Grounding oder Calling Plan, kann man die Mobil-App nutzen, damit man den Teams-Client immer noch nutzen kann. Das ist das eine. Und das andere, genau, du bist Fan von dieser. Das zweite ist, viele Provider bieten der sogenannte Notfallpläne an, dass wenn der Bagger das ganz einmal runterreisst, dass man so vordefinierte Umleitungen definieren, die aktivieren und dann wird jede Nummer nach dem Notfallplan umgelegt. Gut, dann gibt es natürlich quasi die Anschlussfrage dazu, zu der verfügbarkeit des entsprechenden Service von Microsoft. Wir haben ja eine Cloud PBX jetzt mit Millionen von User, die dort untereinander und miteinander kommunizieren können. Wir haben zig verschiedene Provider, die ihre Gespräche in die Cloud PBX oder in den Verbund von diesen Cloud PBX erbringt. Kann man da etwas dazu sagen? Sind wir in der Schweiz, auf dem Rechenzentrum der Schweiz, stellt die Telefonie Microsoft regional zur Verfügung dass wir ein Gespür bekommen zu der Verfügbarkeit des entsprechenden Service. Ja, Microsoft bietet oder sagt immer Verfügbarkeit 99,9 xxx Prozent. Das ist bei der Cloud PBX eigentlich genau dasselbe. Microsoft teilt so die Cloud PBX oder ihre Anschlusssachen von der Cloud in drei Regionen auf. EMEA für Europa, Sander Amerika und Asien. Und jedem Ort hat es mehrere Datacentern, die Cloud PBX zur Verfügung stehen. In der Schweiz ist es noch nicht. die Clouds und so geht immer noch über Amsterdam und Dublin. Aber ich denke, vielleicht wird es je nach Nutzen auch in die Schweiz kommen. Eines von diesen Datacentern wird automatisch alles geswitcht auf ein anderes und der Endbenutzer sollte rein theoretisch nichts merken. Ja, darum bin ich auch ein begeisterter User der Mobile Lab. Funktioniert im Auto auf der Autobahn unterbruchslos, was man mit dem Nadelnetz oder einem ehemaligen Nadelnetz eigentlich nicht immer gelingt. Also denke ich, ich bin begeistert von der Fügbarkeit und von der Qualität. Wir haben ja auch das eine oder andere Finanzinstitute, das wir betreuen mit Managed Services oder im Outsourcing bei uns. Jetzt haben wir ja sehr oft auch Anforderungen, dass Benutzer, sei das vielleicht ein Händler oder der telefonisch jetzt in Kundenvereinbarungen oder Verträge abschliesst, dass die Gespräche aufzeichnet werden müssen. Früher hätte man ja das klassisch an der Telefonanlage machen können, im Haus jetzt in der Cloud-Technologie gibt es da Lösungen oder müssen die Kunden entsprechend verzichten darauf, Microsoft Teams als Telefonieinlösung einzusetzen? Verzichten müssen sie nicht. Sie müssen einfach ein Zusatzprodukt installieren, beschaffen, das Compliance Recording anbietet. Es gibt mehrere Drittherstellerprodukte, die das machen. Somit kann auch jeder Finanzbereich ohne Probleme auf Microsoft Teams wechseln. Das heisst also, einfacher gesagt, wie eine App installieren, installiere ich in der Cloud Voice Recording und habe compliant meine entsprechenden Anrufe aufzeichnet. Einfach gesagt, ja. Danke. Gut. Dann möchte ich im nächsten Schritt noch kurz auf die Lizenzierung oder die verschiedenen Pläne einzugehen von Microsoft. Die Lizenz ist ja fast ein Studium, das man machen kann. Wir haben versucht, Ihnen auf einfache Art aufzuzeichen, zu zeigen, was Sie an Lizenzen so im Standard, wenn ich Telefonie nütze. Es gibt dort klassisch oben die Microsoft Plan Business, Basic Standard Premium, das ist für Unternehmen kleiner, 300 User und mit dem Fokus möglichst alles aus der Cloud und nicht zwingend Hybrid Infrastrukturen, wo es noch aktiv direkt ist oder ähnliches Lokal hat. Im rechten Teil die Enterprise Pläne, das ist auch das, wo wir eigentlich denken, auch ein Gebiet, über 95% bei unseren Kunden im Einsatz haben. Dann gibt es die Pläne F3 für User, die unterwegs sind, vielleicht ausschliesslich mit einem Mobile arbeiten, Servicemitarbeitende, die nicht zwingend einen Laptop oder ein Notebook oder sonst ein Arbeitsgerät haben. die Kommunikationsinfrastruktur vorwiegend brauchen. Der Enterprise Plan E3 ist bei uns ein Standardprodukt das ich eigentlich aus den vollen Paletten von Microsoft schöpfen kann. Dann gibt es den E5 Plan, der im Bereich der Security Zusatzfunktionalität hat und bereits die gesamten Telefonie-Funktionen enthalten sind. Wenn ich einem Benutzer die Möglichkeit geben kann, Audio-Konferenzen dazu integrieren. Das heisst, ich lade jemanden ein, die Person kann sich über das klassische Telefonnetz in eine Konferenz einwählen. Die Lizenz, die ich brauche, für Teil-In-Nummern, die ich von Microsoft die entsprechenden Einwahlnummern bekomme. Das Lizenzmodell ist pro Benutzer. Die Benutzer, die vor allem Telefonkonferenzen mit 4.90 Franken pro Monat ist bereits entsprechend erledigt. Es ist nicht zwingend, dass das jeder Benutzer braucht. Ich empfehle, das nur den Benutzer zur Verfügung zu stellen, die tatsächlich noch mit externen kommunizieren, die sich in eine Telefonkonferenz einwählen wollen. Die Phone System Lizenz ist eigentlich der Bereich, der uns die gesamten Telefonie-Funktionalitäten zur Verfügung stellt. Einerseits meine persönlichen Telefonie-Funktionalitäten oder die vom Unternehmen, das ich gezeigt habe, mit Tag-Nach-Plan usw. Die Lizenzen sind als Add-on-Lizenzen im jeweiligen Lizenzplan aufschaltbar. Es muss nicht eine Beziehung stehen zum Benutzer zu der Add-on-Lizenzen, aber nicht das ganze Unternehmen muss zwingend sämtliche Lizenzen lizenzieren. Also ist das Benutzer-Lizenzmodell. Dann hat Microsoft letztes Jahr ein sogenanntes Business-Voice-Lizenzmodell zur Verfügung gestellt. Einfach gesagt beinhaltet das Audio-Konferenzen und Telefonie-Systeme als Bundle. Sie haben dort eine Grenze gemacht bis 300 Benutzer, wo man das als Kombination anbietet. Man kann es mit Enterprise-Plan kombinieren. Dort muss man einfach darauf schauen, wenn die Unternehmen grösser als 300 Pläne hat, muss man dann auch auf einen E5-Plan switchen oder entsprechend die Add-Ons einzeln dazu lizenzieren. Das ist grob die Übersicht, wie sieht das beim Benutzer aus. Jetzt ist speziell zu beachten, dass Non-Profit-Organisationen, Education, Government, bei Microsoft entsprechend Sonderkonditionen im Vergleich zu den Kosten, die wir links haben, geniessen. unten. Ich habe Ihnen unten in der Präsentation einen Link. Dort sind entsprechend die Varianten und Möglichkeiten, die es gibt. Wir hatten ja auch Teilplanker, bei denen ich ein Gesprächsvolumen dazukaufen kann. Das wird entsprechend zulizenziert. Dort steht ein bisschen nach Arbeit, um herauszufinden, was brauche ich wann genau. Mit diesen Lizenzen sind Sie am Start, wenn Sie Telefon nie entsprechend zur Microsoft migrieren. Als Vergleich vielleicht noch, man sieht hier die Telefonie-Funktionalität in 7-8 Franken. Mit Voice-Mail allem Drum und Dran, wie man das gesehen hat, hat man im Hinterkopf in der klassischen Telefonie von früher, dass ein Telefonie-Port in der Regel 25 Franken kostet. Pro Monat ist also äusserst attraktiv, die Funktionalität der Telefonie zu Teams zu integrieren. Auch aus wirtschaftlichen Gründen. dann gibt es zur Zeit läuft noch eine Promotion, also wo die Microsoft innen, wenn Sie bis am 31 März entsprechend Audioconferencing nutzen, können Sie die Funktionalität während einem Jahr kostenlos für eine beliebige Anzahl von User aufschalten. Zum Ausprobieren zum auch entsprechend produktiv zu nutzen und nach einem Jahr dann entscheiden, brauche ich das, was schalte ich ab und was halte ich weiter. Also die Promotion, die zur Zeit läuft, die wir über das Cloud-Solution-Provider-Programm zur Verfügung stellen können. Dann gibt es noch im Umfeld der Endgeräte zwei Lizenzen. eins ist für die klassische Telefonie, die nicht immer einem Benutzer zugeordnet sind, also Wann-Telefon, das man hat, Sitzungszimmer oder an einem Empfang. Das ist mit 7 Franken 90 die Lizenzierung dazu. Und das Konferenzsystem, wo ja die Update-Mechanismen und die Software von Microsoft entsprechend aufs Display oder aufs Endgerät nicht bekommt, gepflegt und gewartet wird, ist genauso noch Lizenzpflichtig. Das sind die wichtigsten Lizenzen, die ich denke, die Sie kennen müssen zum Starten. Und sonst sind wir natürlich jederzeit bereit, Ihnen diese auch auf den jeweiligen Anwendungszweck zusammenzustellen. Zum Schluss möchte ich Sie noch einfach darauf hinweisen. Ich habe gesagt, wir machen eine 3er-Serie. Heute haben wir uns mit der Anbindung der Telefon-Carrier zu der Microsoft Cloud-Plattform. Am 10. März werden wir Ihnen vermitteln, wie ein Kundenservice oder Vermittler-Arbeitsplätze, den man vielleicht noch so in dieser Art kennt, im Enterprise-Voice-Umfeld von Microsoft Teams ergänzt werden. Dort gehen wir auf das Zusatzprodukt Nimbus ein, von der Firma Louvert, Schweizer Firma, die vor allem im Kontakt-Center-Umfeld sehr weit ist und genauso aus der Cloud den Service in Kombination mit Microsoft Teams zur Verfügung stellen. Zum Abrunden dieser 3er-Serie werden wir im April noch in einer Kundenreferenz vorstellen, die im Verlauf von letztem Jahr auf Teams umgestellt hat. Und das während der Corona-Zeit, die vorher schon OCS oder Skype for Business genutzt hat, im Microsoft-Umfeld. Wie ist das gegangen? Und dort möchten wir berichten, was für Erfahrungen machen die Hunziker Betatech mit der Telefonie-Integration von Microsoft Teams. Dann haben Sie die Möglichkeit, das ist unser Headset, das wir Ihnen verlassen wollen. Das ist die Kartonschachtel, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Genau, das ist das Päckchen, das würden wir Ihnen gerne zustellen. Wenn Sie ein wenig Glück haben, den QR-Code zu kennen, das Feedback entsprechend ausfüllen, haben Sie nachher die Kartonschachtel oder das Headset für HD-Telefonie bei Ihnen. Dann lassen wir die Leitungen offen, damit Sie über die Chat-Funktionalität noch Fragen stellen können. Im Hintergrund danke ich vielmals auch Manuel Brändle, der Ihre Chat-Anfragen aktiv in Echtzeit beantwortet hat. Adrian Fleisch, der zurzeit auch die eine oder andere Chat-Anfrage wird beantwortet. Ich glaube, uns ist es nicht schlecht gelungen, aus dem Livestreaming als Premiere eigentlich das erste Webinar durchzuführen. Da danke ich auch den Personen im Hintergrund, die technisch die Schaltungen hin und her und so entsprechend möglich gemacht haben. Jetzt bleibt mir nur noch, ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag, eine schöne Woche. Denken Sie daran, heute war fast Weihnachtsende in Luzern, darum die zwei, drei Masken von Krienser Hexen. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Zeit und freue mich, Sie im März wieder am zweiten Seminar zu begrüssen. Ade mit denen.